hallo und recht herzlich willkommen zurück bei elite dangerous bin gerade mit der klippe unterwegs unterwegs ist zu viel gesagt bin gerade erst eingestiegen das schiff gewechselt und bevor es losgeht hier wollte ich noch mal einen kleinen blick in die ausrüstung werfen ja genau wir haben sogar ein tötungsbefehl scanner drin sehr gut denn die klipper heißt abbaugebiet habe schon alles vorbereitet wir haben halt 100 krallen dabei ach guck mal das bleibt erhalten vom letzten mal das ist ja nett das ist ja eine ganz geile sache das finde ich super das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht ging mal vielleicht sogar ein paar nicht das haben wir bloß zu vier prozent vollbekommen beim letzten mal schade ich wollte mal wieder ein bisschen bergbau machen wir haben hier ein sehr schönes bergbaugebiet und jedenfalls können wir ja dann auch falls der ein oder andere pirat dort unterwegs sein sollte hier müssen wir hin ja können wir den dann auch noch mit dem tötungsbefehl scanners scannen und auch abschließen jetzt muss ich gerade mal schauen was haben wir hier eigentlich an waffen dabei impuls laser ok erzsucher erzsucher sammler t scanner erzsucher wie sind denn die feuergruppen definiert hier muss der sammler nach rein genau das haut schon irgendwie so los geht es mal 1500 licht sekunden müssen erstmal überwinden kann ich direkt ein bisschen nach unten fliegen hier oben ist ein planet oh guck mal schöner effekt durch die sonne netter roter ring schön gemacht wunderbar ich weiß nicht ob ich schon gezeigt hat er gestern in der folge schau doch mal kurz rein sieht natürlich relativ schlecht aus mit dem verdienst 262 trotzdem noch rang 2 und köpfgeld prämien sind dadurch deutlich erhöht die wir verdienen deswegen gar nicht so verkehrt deswegen haben wir auch die letzten mal mehr geld bekommen als eigentlich angezeigt hier in der transaktions liste immer noch eine ganze menge die wollen wollen können ja und halt habe ich da richtig gesehen haben ach doch wir haben noch strafen verdammt niri noch fünf stunden na ok sechs stunden gaul havu ja da hatten wir uns mal ein bisschen daneben genommen war das mit mit nifes in gaul havu unterwegs der uns ein paar probleme gemacht hatte vor zwei drei folgen weiß ich nicht mehr genau so wie sieht es hier aus alles ok da sind wir gesucht da steht es hier auch nochmal sehe ich gerade ja ist wahrscheinlich schon relativ ungeil wir machen zwar viele missionen für das imperium gerade aber sind dann halt auch oft gesucht durch die tötungsbefehl oder durch die tötungsmission wo wir halt einen abschießen müssen sind die tatsächlich meistens derzeit jedenfalls nicht gesucht ist ein bisschen schade muss mal gucken e3 impuls laser zwei abbaulaser sind dabei bräuchten wir eigentlich bloß ein ist egal gerade einen sammler haben wir einen doppelwerfer haben wir sehr gut haben wir noch einen schildbooster tatsächlich zwei a schildbooster haben wir noch dabei ein a3 schildgenerator naja gut könnte besser sein ist aber ok das hatten wir auch alles kontrolliert das haut hin ja gut da wechseln wir erstmal auf die feuergruppe mit dem sammler da holen wir uns erstmal einen sammler raus ich weiß nicht ob es immer noch hat jemand erfahrung mit den zwei sammler da gibt es ja noch dieses eine modul wo man halt zwei sammler gleichzeitig haben kann aber das war ja wie ich fand immer noch so ein bisschen verwackt oder bekommen wir direkt ein abfangmanöver ich akzeptiere es mal kann ich direkt auf die nächste feuergruppe gehen mit dem t-scanner wir greifen uns an oh eine vulture verdammt mal schauen ob wir da mit der klippe gut hinterher kommen ich mag das eigentlich mit dem rückwärts fliegen ich glaube das verwirrt schon ab und zu mal so ein paar gegner ok müssen wir erstmal das schild der vulture wegkriegen ist jetzt nicht so schwer ok gescannt habe ich sie ich kann langsam die taste mal loslassen ja schon auf dem weg hin scheinen mal ein paar credits zu machen wie viel hat sie denn noch 70 prozent auf dem kraftwerk 60 prozent auf der hülle kommt auch mal mit der flughilfe aus beziehungsweise halt mit dem flugstabilisator so und kommt schon weg mit dir na hallo justin was das jawohl oh nett 60.000 genau jedenfalls das mit den beiden sammlern das hat ja bei mir immer nicht so richtig funktioniert beziehungsweise gab es immer den bug dass ich entweder einsammeln direkt zerstört hatte oder die beiden das gleiche stück erz einsammeln wollten beziehungsweise stück gestein weiß nicht ob das mittlerweile ein bisschen behoben ist oder ob das an mir lag wobei ich das jetzt nicht unbedingt denke denn das hatte ich tatsächlich oft genug probiert und wo müssen wir denn hin genau wir könnten direkt ins Abbaugebiet oder wir suchen uns so einfach irgendwo eine Stelle ich würde sagen wir suchen uns so eine Stelle dieser innere dunkelgraue Ring da müssen wir hin das ist das Abbaugebiet mit den metallischen Erzen beziehungsweise metallischen Gesteinsbrocken man kommt es auch so vor es gab jetzt durch Batman Arkham Knight einen neuen Nvidia Treiber und man kommt es so vor als ob seitdem ich den installiert habe auch das Spiel hier nochmal eine Ecke besser läuft die nehmen natürlich auch allgemeine Optimierung vor für die Treiber und für die Grafikkarten nicht bloß für die Spiele die dann da raus kommen also es kommt mir zumindest so vor als ob es nochmal eine ganze Ecke flüssiger läuft weiß ich nicht ob das bloß so ein kleiner subjektiver Eindruck ist so dann schauen wir uns doch direkt mal um nehmen wir gleich den großen hier vorne schicken wir einen Erdsucher los wo ist er denn ach guck mal Frachtluke öffnen da ist er haben wir gleich ein bisschen Pionit dabei Palladium und Osmium ja das ist ja nicht verkehrt huch jetzt habe ich auch so gesehen nochmal eine losgeschickt verdammt auf dem Gallit ist da drin ein bisschen Palladium bloß ist der Asteroid schon leer ich habe es gerade nicht war gerade ein bisschen verpeilt weil ich versucht habe genau die Kralle anzuvisieren ja da ist er leer wo sind denn die ganzen wo fliegt denn der hin hier vorne oder was hier fliegen die ganzen Teile rum ich hoffe die Kralle zerschält jetzt nicht wenn wir hier die sind schon ganz schön nah am Gesteinsbrocken dran geht mal ein paar Meter näher ran das war nur unser Näschen uiuiui naja der hat halt schon eine große oder eine schnelle Rotation drauf hier nicht zugewiesen was haben wir denn fertig paar Gallit wahrscheinlich ich glaube Gallit bringt nicht so viel ist egal wenn es kostenlos ist nehmen wir es natürlich mit ok nun sind hier natürlich eher weniger Piraten kann trotzdem vorkommen dass hier mal einen wegen Piraten reingeschossen kommt und es auf uns abgesehen hat das war knapp da ist ja unser Erdsucher ich flieg mal hinterher sind nur noch hier hinten die paar Brocken so jetzt kommt er vielleicht fliegen wir noch in ein Abbaugebiet direkt rein da kommen dann wenigstens ab und zu mal ein paar Piraten die nerven dann zwar wenn man vielleicht gerade einen geilen Gesteinsbrocken gefunden hat und locken einen davon weg so das dürfte es gewesen sein ja was schicken wir den nächsten Erdsucher los und fliegen mal ein bisschen rein in den Ring irgendwo ein paar Brocken die sich nicht so schnell bewegen der hier drüben hey 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 brems 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 oh nein 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 Gott sei Dank Galit Palladium Gatranit tja hohoho wir sind echt nah dran meine Güte danke ebenfalls ein wunderschönes Wochenende Captain Steelhawk ist er erschöpft? ja so Sammelfeind unser kleiner Helfer Sklave das war wieder sehr sehr nah was haben wir denn dann Galit dabei 95% ok das nächste mal dürfte es dann schon wieder voll sein jo ok schauen wir uns mal um nach dem nächsten könnten wir ja machen dass wir dann einfach schon die Sucherkralle wieder losgeschickt haben was haben wir hier vorn der sieht ganz gut aus was hm keine ahnung hat gerade einen Fehler angezeigt 100% Galit hast nur Galit drin und der daneben komm ich flieg mal ein paar Meter runter ja irgendwelche Schiffe unterwegs ich glaube nicht ne nur unsere Krallen und unsere Fragmente die hier unterwegs sind Indit Galit Osmium nö auch nicht du dort hinten ich glaube sieben Kilo sieben Kilometer Reichweite haben wir glaube ich mit den Erdsuchern ist natürlich schade ich habe jetzt einfach mal 100 Wohnen gleich mitgenommen von den Krallen da kommen wir eine Weile hin denn so schnell ist der Frachtraum nicht mit irgendwelchen Metallen oder Erzen voll oder Mineralien meine ich oh hier Palladium, Silber und Galit nice 10% Palladium das ist natürlich eine geile Sache genau 10 Fragmente drin sieht man immer an den Prozentzahlen die da runter gehen 9% Palladium Silber 7% Palladium 9% Palladium oh nicht schlecht nicht schlecht nicht zugewiesen Palladium etwa ach verdammt auch wieder Galit dabei ach hier sind wir wieder relativ nah dran ja ruhig richtig schön nah ran fliegen sofern das möglich ist ach seht ihr doch ich vergesse jetzt immer wir können ja schon mal wieder weiter schauen mit unserem Sucher schließen wir einfach da hinten hin der scheint still zu stehen jetzt mal wieder ein bisschen Entspannung nach den letzten Kampffolgen die eigentlich ganz erfolgreich waren anderthalb Millionen Kopfgelder haben wir da eingesammelt und von der Zeit her ging es auch war jetzt nicht so extrem zeitaufwendig und tatsächlich auch nicht unbedingt so rentabel vom Standort her also es hätten mehr und größere Schiffe sein können aber es waren ja einige Äther dabei die tatsächlich eine ganze Menge Kopfgelder immer wieder dabei gehabt haben dafür nur einen Imperial Kurier den wir abschließen konnten oh die Kralle ist aber lange unterwegs scheiße die fliegt trotzdem weiter ist egal suchen wir uns einen anderen dachte nicht dass der so weit weg ist die Frachtluke die macht der Sammler glaube ich jetzt automatisch auf und zu 25% ach verdammt jetzt habe ich wieder verklickt das sieht man aber heute aus ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen nachher sind die alle schön aufgereiht auch mal bringt doch was mit den zwei Abbaulasern kommt immer eins links eins rechts raus stellen wir uns schön drüber bisschen noch dürfte die ganze Sache relativ schnell gehen dreht sich zu sehr dreht sich zu sehr nicht zugewiesen der Sammler hält schon relativ lange heute und ab dafür nächste Suche ist unterwegs kommt ja nicht hätte gern mal Pionid voll bringt auf einen Schlag 35.000 auch nicht zugewiesen super haben wir doch mal einen Pionid voll ist auch wieder so lange unterwegs willst du doch gleich da sein Galit Indit ach immer dieses Galit heute haben auch noch nicht einmal Gold gehabt da fehlt uns auch nicht mehr viel 6% nur noch für Gold 16% Gold na wer sagt es denn super geile Sache müssen auch elf oder zwölf Fragmente sein die wir hier einsammeln dürfen Nice wieder schön aufgereiht na komm schon dürfte Gold jetzt eigentlich ach 89% waren das ich hab gedacht 94% jetzt müsste ich wieder den Gold ist direkt voll gewesen jetzt musste ich gerade die Frachtluke wieder öffnen vorhin hat es das immer automatisch an und aus geschaltet Gold steigt schnell 51% wow von 34 oder 35 schön haben wir noch ein paar Fragmente nur noch zwei schade ach ne da sind noch mehr ha ha kriegen wir vielleicht nochmal Gold voll Jo jawoll nice Silber fehlt auch nicht mehr so viel und der nächste kleine dort vorn ist 19% Palladium uiuiuiuiuiuiui das ist aber sehr sehr nett Sammlung gescheitert habe ich den jetzt abgeschossen oder was ok hol ich mal einen neuen raus so schön drüber fliegen geht das mit dem sammeln auch ruckzuck können wir nochmal unser Schiff schauen na da haben wir schon ein paar Kratzer abbekommen huch ist wohl irgendjemand gegen den Brocken gedüst und da kommt sie rein und raus es geht echt schön schnell wenn die alle in der Reihe liegen man fährt nur drüber oder man fliegt nur drüber ach so ist nicht zugewiesen jetzt Palladium voll nice haben wir schon zweimal Palladium sieht gerade ganz gut aus wie viel haben wir denn insgesamt jetzt eingesammelt 2 2 5 7 9 9 Stücke so und das letzte Bröckelchen Palladium kommt dazu 45% schon wieder voll geil ups da habe ich nochmal den Brocken ausgesehen mitgenommen mit unserem linken Flügel das hier vorne dreht sich zwar ein bisschen sieht mir aber auch sehr palladig goldig oder paenitig aus von mir aus auch silbrig na komm schon ein bisschen Silber ein bisschen Indite das ist nicht verkehrt das nehmen wir auch mal mit auch hier wieder direkt genau 10 Brocken drin so sammel ein mein Freund und Helfer das ist echt eine geile Sache war natürlich noch viel viel geiler wenn das mit den beiden Sammlern klappen würde wie gesagt wenn ihr da nochmal probiert habt oder ihr macht das mit den zwei Sammlern und das funktioniert ruhig in die Kommentare damit bis zum letzten mal als ich es dann wahrscheinlich schon das vierte oder fünfte mal mit zwei Sammlern probiert hatte ging es immer noch nicht also das ist aber auch schon wieder zwei Wochen her oder drei Wochen sogar haben wir schon wieder was voll es geht ja rucki zucki hier heute ok Indite Silber ist gerade voll geworden Indite Gallit das sind Minerale ok wunderbar ok haha Sammler ist fertig ja da würde ich sagen da war das erstmal für heute wieder mit der entspannten Folge und da sehen wir uns morgen wieder hier machen wir noch ein bisschen weiter sammeln wir noch ein paar Sachen ein vielleicht halten wir dann auf dem Rückweg oder so nochmal im Abbaugebiet an und krallen uns ein paar Piraten bis dahin bedanke ich mich erstmal wieder fürs zusehen schönes Wochenende noch haut rein bis zum nächsten mal Ciao